Der große Drahthaar hier, oder besser gesagt, der Eddy, ist jetzt vier Monate, viereinhalb Monate und hat diesen Zehen zu tun. Und Ben pflegt ihn, betreibt Zahnpflege, er merkt wohl, dass es dem Großen nicht, oder dem Welten nicht gut geht. Und der Lassi hat auch gefallen. Als dein Freund rate ich dir dann herzlich, einen Mann wie Rainer zu kommen. Aber auch nicht keine Sorgen. Ich finde in solchen Konstellationen, das geht selten gut aus. Konstellation? Ben spielt Zahnarzt. Und wie erklärst du dir dann eure Beziehung? Ja. 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 Ja.